Vor 35 Jahren hat DENIUS mit der Auffangwanne die Gefahrstofflagerung revolutioniert. Jetzt setzt DENIUS den nächsten Meilenstein und bringt die Gefahrstofflagerung ins digitale Zeitalter. Mit dem SpillGuard Connect und der digitalen Zustandsüberwachung DENIUS Connect. Bei Störungen wie gefährlichen Leckagen oder kritischen Temperaturen wird via Narrowband IoT der Alarm übertragen. Per SMS, per E-Mail, wo immer Sie auch sind. Dank Condition Monitoring behalten Sie Ihre Gefahrstoffe rund um die Uhr im Blick und können so in Echtzeit reagieren. Damit wir auch in Zukunft die Natur und uns besser schützen können. DENIUS Connect